Sie sind Hochschulabsolventin aus dem Bereich Medizin, Pharmazie, Veterinärmedizin oder Naturwissenschaften und suchen einen Einstieg in die Pharmaindustrie? Das Programm dauert zwei Jahre. In dieser Zeit lernen Sie die vielfältigen Aufgaben und Projekte im Medical Affairs Bereich kennen. Während Ihren drei bis sechs Abteilungsrotationen profitieren Sie von unserer Pfizer Learning Academy und einem persönlichen Mentoring. Werden Sie ein Teil unseres internationalen Trainee-Netzwerks und starten Sie Ihre Karriere bei Pfizer. Bewerben Sie sich unter www.pfizer.de mit Ihrem Lebenslauf, Anschreiben und akademischem Bildungsgrad. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Okay, ich weiß nicht. Wofür ba ich bin bei größeren, dann werfen Sie die Hierdacht, heute Morgenstaff in der Karte aus der Karte aus der Karte? Untertitelung des ZDF, 2020